Ich kannte Mary Cassard nicht, bevor ich hier eingeladen wurde, bei diesem schönen Ausstellungsprojekt dabei zu sein. Natürlich ist die Epoche, in der sie gemalt hat, mir vertraut. Die Impressionisten, das war etwas, was mich schon immer sehr berührt hat und mir sehr gut gefallen hat. Ich habe dann viel über sie gelesen, ich habe mir die Bilder angeguckt und vieles entdeckt, was ich außergewöhnlich finde. Dazu gehört, dass sie eben schon als ganz junge Frau wusste, dass sie Malerin werden möchte. Die Familie war sehr wohlhabend und hat sie, trotz allem, der Vater eigentlich nicht so, aber die Mutter, glaube ich, hat sie sehr unterstützt. Und sie hat dann diese vierjährige Ausbildung in Amerika gemacht und dann entschieden, nach Frankreich zu gehen. Und dort durfte sie natürlich nicht auf die Universität, also sie durfte nicht auf die Akademie. Das war in Frankreich noch nicht erlaubt. Frauen hatten nicht das Recht zu studieren. Also hat sie sich Privatunterricht genommen und ging natürlich auch, und das ist wieder das Zweite, was mich sehr berührt hat, in die Museen und hat dort in den Museen studiert. Und hat sich bei den alten Meistern quasi das Handwerk abgeschaut oder hat es dort richtiggehend studiert, hat die alten Meister kopiert. Und ist dann im Zuge ihrer Recherchen nach Spanien gereist, nach Belgien, nach Holland und hat die alten Meister dort studiert. Auch in Rom hat sie eine Zeit lang gelebt. Und das ist doch sehr außergewöhnlich. Sie war Anfang, Mitte 20, als sie diese großen Reisen unternahm. Sie ist mit ihrer Schwester gereist, auch mit der Familie ihres Bruders, aber sie ist auch allein gereist, um zu sehen, was es eigentlich überhaupt alles gibt in der Welt. Und sie hat da ungeheuer profitiert und ihre ersten Bilder, die Bilder aus der frühen Phase, da sieht man das auch noch ganz stark. Also sie malt ganz in dieser Tradition und trifft dann aber eben in Frankreich auf die Impressionisten und auf eine völlig andere und neue und revolutionäre Malweise. Das ging ja darum, eine Art Eindruck oder eine Art Empfindung, die man hat, vom Gegenstand auf die Leinwand zu übertragen. Und das hat sie eigentlich übernommen und hat das ausprobiert und hat das auf ihre Weise weitergeführt. Und das ist für mich das Auffallendste gewesen, als ich ihre Bilder gesehen habe. Es gibt da etwas Zeitloses und gleichzeitig etwas ganz Zeitgemäßes, also was ganz Modernes in diesen Bildern. Und das ist sehr frappierend, finde ich. Diese Bilder sind Momentaufnahmen, man hat das Gefühl, es sind Schnappschüsse. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat. Das ist ja dermaßen aus dem Augenblick heraus, man hat das Gefühl, man schaut in eine Szenerie, die sich vor einem abspielt, in diesem Augenblick. Oft hat sie die Umrisse, also den Sessel, den Hut, einfach dann nur noch angedeutet. Und dann das Gesicht wie eine Blüte sozusagen, ganz lebendig. Begonnen hat sie tatsächlich mit dem, was allgemein Usus war. Sie hat Menschen in alltäglichen Situationen gemalt. Sie hat das Theater genommen als Raum, der zu erschließen ist, der ein interessanter Raum ist, auch aufgrund des künstlichen Lichtes. Aber dann entwickelt sie sich weiter und beginnt eigentlich persönlicher zu werden. Und das Sujet, was sie da für sich findet, ist eben die Mutter und das Kind. Das ist ja ein ganz großes Thema bei ihr. Eine ganz elementare, archaische Beziehung wird dort in großer Kraft gezeigt. Und die Mütter sind oft abgewandt. Man sieht oft ihr Gesicht gar nicht. Aber man sieht die Innigkeit, wie sie versuchen, das Kind zu schützen. Und das Kind, wie es mit großer Kraft und fast einer Art von Frechheit sich der Welt präsentiert und sagt, die Welt gehört mir. Weil es sich in der Beziehung zur Mutter geborgen fühlt. Es gibt in den Kindern, finde ich, fast kaum etwas Kindliches. Die haben diesen wachen, sehr ernsthaften Blick und werden in ihrer Würde wahrgenommen. Auch die Mutter wird in ihrer Würde belassen. Also das ist etwas, was ich so neu finde. Ich glaube, darin besteht das Neue. Nicht unbedingt im Sujet, aber durch die Art und Weise, wie sie es zeigen. Sehr exemplarisch steht das eigentlich für ihr Werk. Da war sie schon auch eine Vorreiterin, eine Kämpferin. 요즘 gibt es auch eine Vorreiterin, die mich daranや sont, die man shinieren kann. Das versucht, das nicht ganz gut heraus zu verstehen. Und damit hat sich die Bilder in der Nähe. Japan